Informier dich über Prüfung und Branchen. Schreib dir mindestens vier Fragen auf, die zum Prüfung nützlich sind. Gebt es Gespräche mit Kollegen, Eltern oder Lehrern oder vor dem Spiegel? Einen Tag davor machst du dir Sachen parat. Notizbuch, Lehrstelle, Bewerbung, Einladung und den Stift. Schau, dass du ein geflagtes Erscheinungsbild hast, nicht zu viel Parfüm und Make-up. Bleib noch Zeit für deinen Anfahrtsweg. Falls doch etwas passiert, kontaktierst du sofort deine Ansprechperson. Erzähl etwas über deine Stärken, aber auch etwas über deine Schwächen. Du musst keine Angst vor kritischen Fragen haben. Du hast dich ja schon gut vorbereitet. Falls du doch nicht eine Frage beantworten kannst, ist es nicht schlimm. Du bist einfach ehrlich. Bleib immer positiv und sachlich, egal wie die Sprache abläuft. Stell die Sendung vor dem Sprache im Flutmodus oder auf lautlos. Immer aufmerksam bleiben. Mach deine Notizen bei Unklarheiten immer noch Fragen. Zeig Interesse offen und ehrlich. Du dein Gespräch nie selber beenden. Dann mach dein Gegenüber. Merk dir den Namen bei der Begrüssung. Schreib dir am besten auf. Also, hast du dich später verabschiedet? cũng für dich da nicht bestimmt.